Servus Freunde, was geht ab? Ich bin's wieder, Platin Mike, mit einem neuen Trophäen-Guide zu Timbrader 1 Remastered. Heute zeige ich euch im Video, wie ihr die Trophäe con Tixi Viracuca bekommt. Geh rein, hol den Golden Götzen und verschwinde wieder durch dasselbe Fenster. Das zeige ich euch. Dauert nur ein paar Minuten und schon sind wir hier fertig. So, aber, falls euch mein Video gefallen hat und ich werde dafür sorgen, dass es euch gefallen wird, lasst mir gerne ein Abo da, ich würde mich mega darüber freuen. So, ich würde sagen, let's go. Diese Trophäe kann man im ersten Level Peru holen, Abschnitt Nummer 2, Vilcabamba. Ich zeige es euch nochmal, oben steht es, das hier ist das Level, wo wir hin müssen. Und ich befinde mich hier am Anfang, wir laufen gleich los. Die Wölfhütte hier kommen, die habe ich alle schon getötet. Dann links an dem Becken vorbei. Dann einfach geradeaus durch. Zum Hebel. Hebel runter. Ab durch die Tür. Den Weg nach oben. Rüberspringen, aber wichtig ist, wenn wir drüben angekommen sind, stehen bleiben. Weil es gibt hier eine Sache zu beachten und ich finde schon, das ist der wichtigste Schritt überhaupt. Weil wir müssen den Götzen ja holen und dann wieder durch dasselbe Fenster raus. Das ist hier quasi dieses Fenster. Und wenn wir wieder zurück möchten, muss der zerbrechliche Boden da unten ganz bleiben. Das heißt, quer nach links, springt es rüber. Und so muss es aussehen. So, Schritt Nummer 2. Kiste raus. So, jetzt nochmal die Kiste zu uns ziehen. Die Kiste, ein Steinblock, wie auch immer. Ich denke mal, es ist ein Steinblock auf jeden Fall. So, dann nach rechts nochmal zu uns ziehen. Das hier ist schon mal die Vorbereitung für den Sprung, der gleich kommt. Jetzt aber erstmal natürlich durch das Loch, denn wir brauchen den Götzen. Nach oben, der Götze befindet sich rechts. Hier rein, hier lang. So, zurück. Ab durchs Loch. So, wieder hoch. So, ich sehe schon, Batman kommt. So, dann. Hier hoch. Rüberspringen, aber dazu Anlauf nehmen. Und direkt gleich zum Fenster rennen und gleich hochklettern. Keine Zeit verlieren. Keine Zeit. So, ich zeige es euch. Zack. Zack, zack. Zack. Und das war es. Con Tixi Viracuca. Was ein Name. Aber ist egal. Hauptsache, wir haben die Trophäe geholt. Und ich hoffe, ich konnte euch damit helfen. Ich mache das gerne. Und ich würde einfach sagen, bis zum nächsten Video. Macht es gut. Servus. Aber wenn ich den L Marcus flgate who nicht mit 3 Honиж Wolfチャンネル, oder mich, den L Marcus 없이 mit dem collaborationellen? Und dann die Trophäe nur um Betona zurück.